Ja, ich wollte von meiner Erfahrung berichten, per Zufall bin ich darüber gestolpert, die Seminare, und wollte an die Einführung kommen und etwas ausprobieren, die mich aus meiner Komfortzone rausholt, damit ich mich entwickeln kann. Und ich habe eine Freundin mitgenommen, die sich hier angeschlossen hat und jetzt sind wir hängen geblieben. Vier Tage sind wir jetzt schon da mit Ayla und Lilel. Und ich habe ganz, ganz viele Sachen, die ich in drei Jahren selber mit intensiver Arbeit nicht lösen konnte innerhalb einer kurzen Sitzung, einer individuellen Sitzung, in den Griff bekommen. Und die Energie ist so hoch. Jetzt am vierten Tag, ich bin so voll. Ich freue mich total auf zu Hause, um das alles weiter zu verarbeiten und gehe nachher ganz fokussiert in meinen 21-Tage-Prozess, wo ich meine Ziele bei mir behalte und meine Übungen mache. Es ist ganz, ganz, ganz eine gute Sache für alle Frauen, die ihre Selbstbestimmung wieder zu sein können, ohne irgendwelche Jahrhunderte, alten oder aktuellen Erniedrigungen und Beleidigungen von Männern, die Angst haben vor Frauenpower. Es ist eine wundervolle Arbeit. Ich bin sehr dankbar.